Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist, glaube ich, so wieder der Standardfall des Wochenendes zu Ende. Die neue Woche fängt an und ich muss jetzt erstmal eine Grundordnung reinbringen. Ich zeige euch das mal. Ja, es sieht super aus schon wieder. Wir haben übrigens ein neues Puzzle, aber das kann ich euch dann gleich nochmal zeigen. Ja, also hier ist es, glaube ich, überall notwendig, Ordnung zu schaffen. Ich habe auch unsere Winterjacken gewaschen, was ja nicht so ganz einfach ist. Also hier ist Daunen drin und die ist beschichtet und die ist auch so beschichtet, also imprägniert. Ja, ne, Ordnung geht weiter. So, jetzt kann ich euch aber mal die Puzzle zeigen. Und zwar haben wir einmal das hier und damit sind wir auch schon fast fertig. Das ist eigentlich ziemlich schick. Das ist auch nochmal ein Tausender gewesen, aber halt schon schwerer, weil, also man kann hier zwar drauf gucken, aber viele Motive wiederholen sich so. Also man sieht, dass da irgendwie Photoshop-Kopierstempel benutzt wurde oder keine Ahnung. Also es ist schon schwerer als das hier. Und jetzt haben wir dann noch ein Zweitausender bestellt, was wahrscheinlich auch sehr schwer wird, weil da einfach überall Braun-Töne sind. Und dann, aber das machen wir, also das Daunenstück, als wir das machen, haben wir noch ein Fünftausender. Das ist dann aber auch riesig, das ist irgendwie 1,50 Meter mal 1 Meter. Also das ist wahrscheinlich dann S-Tischgröße. Genau, aber das ist, also das ist das Nächste auf jeden Fall, was wir machen werden. Und das hier ist schon fertig. Das habe ich ja gleich beim letzten Mal gezeigt. Also es geht jetzt richtig los hier mit Pose. Das ist das Nächste. Das ist das Nächste. So, schönen guten Morgen, neuer Tag und es geht weiter. Ich habe auch meine Haare noch gar nicht gemacht, muss ich mich gleich mal noch drum kümmern. Ja, die Wäsche ist fertig. Und, Moment, ich zeige euch das gleich mal eben andersrum. Ich habe nämlich gestern das Puzzle, was hier lag, mit diesen Blumen fertiggestellt. Ja, und jetzt sind wir hier nämlich schon beim nächsten angekommen. Das Puzzle wird, also das wird von hier bis da, bis da, bis da. Ja, so groß wird das. Ich habe natürlich, hier ist eine Ecke und hier, ich habe erstmal klein angefangen mit dem Rahmen. Und die Frage ist bloß, wo kommen die ganzen Teile hin? Weil, also, ne? Und es ist immer noch voll. Hier liegen bisher nur Randteile. Ich habe gedacht, wir basteln erstmal den Rand zusammen komplett und legen dann Teile auch in der Mitte aus. Und ich denke, dass wir auch beim Teile so schon raussuchen und auslegen schon viel zusammenbauen können. Weil es gibt wirklich so eindeutige Formen hier drauf und Sachen. Also, ich denke, das wird nicht ganz so katastrophal. Also, es sind halt einfach nur tausende von Teilen so. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't see if your focus is good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the ends in sight for me. But lets me really, really excited. You can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't see if your focus is good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the ends in sight for me. But lets me really, really excited. You can foggy all this stuff. It sucks. When you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed. To the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplugged. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Got to find a way to get some energy. Got to find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories. Not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless. Psychosis if I keep hoping. I've got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. And it haunts me somewhere much deeper. I've got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020